Was passiert eigentlich, wenn Online-Plattformen nicht mehr richtig funktionieren und dadurch Pflichtangaben nicht angezeigt werden? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilderbeuch und Solmecke und neben mir sitzt Carsten Vöhlisch und wir unterhalten uns über eBay und technische Fehler, die schon mal passieren können auf eBay. Im konkreten Fall geht es darum, dass das Landgericht Leipzig darüber zu entscheiden hatte, was passiert eigentlich, wenn bei eBay plötzlich die AGB nicht mehr korrekt angezeigt werden. Jedenfalls dann nicht, wenn man plötzlich nicht mit dem Microsoft Internet Explorer kommt, sondern manetwegen mit Chrome oder einem der vielen anderen Browser. Vielleicht sagst du mal, was zu dem Fall, den praktischen und rechtlichen Hintergründen. Das ist ein relativ einfacher Fall. Wie du schon sagst, der Händler hat bestimmte Pflichtinformationen nicht richtig angezeigt in der mobilen Ansicht. Es ging hier, glaube ich, um die Vertragstextspeicherung, also so eine Erbsenzähler-Geschichte, die aber regelmäßig abgemahnt wird. Kannst du ja vielleicht einsetzen zu sagen, was muss man machen? Ja, ich muss sagen, ob ich den Vertragstext speichere und ob er dem Kunden zugänglich ist. Also ob ich jetzt einen Login-Bereich habe mit AGB-Archiv, wo ich eben sehen kann, ich habe dann und dann dies und das für den und den Preis bestellt. Weiß jeder von euch, weil jeder, der von euch online was kauft, das ja natürlich schon oft gelesen hat, dass das da immer darunter steht. Ja, also es wird häufig vergessen, aber es ist eine Pflicht. Ich sage mal, es wird von den Anwälten abgemahnt, die sonst nichts mehr finden. In dem Fall war es hier ein Abmahnverein oder ein Wettbewerbsverein. Doch, ein Verein mit dem Zweck, die umfassende Förderung insbesondere der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen deutscher Online-Unternehmer und Online-Freiberufler. Das war der Zweck des Vereins. Dann weiß ich, welcher das war. Also da haben wir auch ein paar Fälle hier, glaube ich. So, und hier ging es einfach darum, das stand in den AGB drin, aber die AGB wurden halt in der mobilen Ansicht nicht richtig angezeigt. Ja, und das Ergebnis ist auch ganz einfach, ist auch nichts Neues, hat das OLG Hamm schon 2010 oder ich glaube 2009. Nur 2010 war das, ja. Ja, es gab zwei Entscheidungen dazu. Einfach gesagt, das Weglassen von Pflichtinformationen kann nicht mit Platzmangel oder bestimmten mobilen Ansichten oder bestimmten mobilen Browsern begründet werden, sondern auch da muss ich die Pflichten erfüllen. Und das ist Sache des Händlers. Das heißt, der Händler ist der, der dann auf Unterlassungen auch erfolgreich verurteilt wurde und letztlich das Problem hat. Um das aber nochmal ganz klar rauszustellen, wenn ihr Händler seid, dann habt ihr das Problem, dass ihr prüfen müsst, ob eure Webseiten, die auch eventuell gar nicht in eurer Hand liegen, sondern in Ebays Hand liegen oder in Amazons Hand liegen, korrekt angezeigt werden. Erstmal auf dem Desktop, im Safari, im Internet Explorer, im Chrome, im Opera und was es da sonst noch so am Browser gibt. Dann müsst ihr theoretisch noch die jeweiligen Apps der Plattformen, die Ebay-App, die Amazon-App checken. Dann müsst ihr noch die mobilen Versionen aller mobilen Browser durchchecken und alle möglichen Arten, wie man es aufrufen kann. Das geht ja aus meiner Sicht einen Tacken zu weit eigentlich. Das ist eine schwierige Frage. Meines Erachtens muss man es wahrscheinlich für die gängigen technischen Systeme checken, aber doch nicht auf jedes noch so abgefahrene technische System, mit dem man ein Internetangebot aufrufen kann. Tja, das siehst du so. Ich vielleicht auch, aber die Gerichte bislang nicht. Es gab mal so Ansätze vom OLG Düsseldorf, das gesagt hat, dass auch der Plattformbetreiber, ich glaube, da ging es um mobile.de damals, wo man das Impressum nicht vernünftig einbauen konnte, schon gegenüber dem Händler, der da agiert, eine gewisse Pflicht hat aus dem Vertrag. Also, dass ich einen Ebay-Vertrag habe, das heißt, da könnte es eine Pflicht sein, dass Ebay mir das auch ermöglicht und sich darum kümmert. Nur wettbewerbsrechtlich gegenüber meinem Konkurrenten bin ich erst mal als sogenannter Störer oder Täter bin ich dran. Und da hilft es mir nichts. Da kann ich vielleicht dann zurückgreifen auf den Plattformbetreiber. Das wäre mal ein interessanter Prozess, kenne ich bislang keinen. Aber ich bin erst mal zur Unterlassung verpflegt. Und das heißt im Zweifel, wir kennen auch den Sonnenschirmhändler, der Amazon-Angebote abmahnt. Muss ich, wenn das bei Amazon halt nicht geht, muss ich letztlich darunter von der Plattform, wenn ich gezwungen werde, das zu unterlassen. Wobei, da muss ich sagen, die Händler, die wir vertreten, die sagen immer, ich kann ja nicht aufhören, bei Amazon zu handeln. Das, klar, aus wirtschaftlichen Gründen kann man das nicht darauf verzichten. Aus rechtlichen Gründen ist den Gerichten das ziemlich egal. Die sagen dann runter da. Ich hatte noch, vielleicht aus der Vergangenheit, einige Fälle, die wir hier bearbeitet haben. Da war es so, die Händler hatten immer gut ihre Widerrufsbelehrung auf Amazon untergebracht. Und plötzlich wurde die Widerrufsbelehrung eben vom Gesetzgeber vorgegeben. Es gab das Muster und es passte aber nicht mehr in das Feld rein, was Amazon dafür vorgesehen hatte. Und dann haben die alle angefangen, das abzukürzen, Sätze rauszustreichen, kleiner zu machen. Das sah ganz lustig aus, aber war natürlich absolut rechtsunwirksam. Und das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ein ähnliches Thema gibt es gerade bei Ebay mit dem neuen Muster Widerrufsformular, das auch nicht mehr in das Feld für die Widerrufsbelehrung passt. Deswegen wird es in die AGB mit reingenommen. Das müsste aber gehen. Aber das sind diese Tücken, wenn man eben auf Portalen unterwegs ist. Danke dir für den Fall. Sehr spannender Fall. Euch danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.